Ich habe jetzt mehrfach den Gong getätigt, darf die parlamentarischen Geschäftsführer fragen, ob wir mit den Abstimmungen beginnen können. Das ist offensichtlich der Fall. Ich will nur nachrichtlich noch mitteilen, dass der Geschäftsführer der Fraktion der Sozialdemokraten mich wissen lassen hat, dass der Tagesordnungspunkt 66, Entschließungsantrag Fraktion der SPD, Logistikgebiet Neu-Eichenberg 2039-96 namentlich abgestimmt werden soll. Ich bitte, das nicht zu kommentieren. Wir machen es einfach, weil sonst kostet es uns noch mehr Zeit. Wer möchte sich melden? Wer meldet sich? Herr Dr. Grobe, bitte schön. Ich bitte um eine halbe Stunde Verzögerung. Wir müssen jetzt unsere Abgeordneten hier reinholen. Namentliche Abstimmung. Wir haben unsere Büros außerhalb. Eine halbe Stunde, wenn man das haben will, dann muss man auch darauf Rücksicht nehmen. So, wir sind doch, wir sind doch, also am besten trommeln Sie jetzt Ihre Leute zusammen. Wir sind ja so schnell noch nicht bei 66. Jetzt wird noch ein bisschen diskutiert und dann ist das auch möglich, dass man dann zu der entsprechenden Abstimmung hier sein kann. Zumal vereinbart wurde, dass die Abstimmungen am Ende der Tagesordnung stattfinden. Darf ich jetzt dem Geschäftsführer der Fraktion der SPD zur Geschäftsordnung das Wort erteilen? Herr Präsident, Sie haben das korrekt dargestellt. Die Verabredung der Fraktionen am Ende der Tagesordnung, da sind wir angelangt. Wir haben ja eher sogar Verspätung. Wer wollte, könnte sich vorbereiten. Von der AfD sind sowieso nie alle da. Insofern kann man das Ganze entspannt sehen. Herr Kollege Weiß, bitte. Gibt es weitere Wortmeldungen zur Geschäftsordnung? Herr Dr. Grobe, noch einmal. Bitte schön. Dann berufe ich den Ältestenrat ein. Das geht so nicht. Herr Kollege Grobe, Sie können den Ältestenrat nicht einberufen. Das kann ich und das auf Antrag, und das muss dann hier debattiert werden. Herr Kollege Bellino. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren, selbst wenn es eine Ältesten-Ausschusssitzung gäbe, bin ich ziemlich sicher, dass die in drei Minuten erledigt ist. Denn ich habe das Gefühl, dass sich die allermeisten Abgeordneten hier erstens einig sind und dass es zweitens ein klares Prozedere gibt, welches wir vereinbart hatten. Ich hätte ein gewisses Verständnis, wenn wir zu den einzelnen Tagesordnungspunkten abstimmten und wenn dann etwas überraschend käme. Aber ich habe kein Verständnis, wenn wir uns darauf verständigen, am Ende des Tages abzustimmen und dann zu sagen, huch, wir sind überrascht, da ist ja jetzt eine Abstimmung. Insofern sollten wir es auch machen, wie beschlossen. Kollege Lenders. Herr Präsident, ich denke auch, das Abstimmungsverhalten und wie wir in die Abstimmung reingehen, ist vorher unter den parlamentarischen Geschäftsführern ganz klar geregelt worden. Der Präsident hat mehrfach gegongt, er hat gefragt, das ist genau das Prozedere, für mich sind wir jetzt im Abstimmungsprozess. Wenn jetzt noch ein Ältestenrat einberufen werden soll, dann nach den Abstimmungen. Vielen Dank, Kollege Lenders, Herr Dr. Grobe noch einmal und dann sollten wir langsam auch fortschreiten. Also, wir hatten es ja schon häufiger gehabt, dass auch andere Fraktionen darum gebeten haben, 30 Minuten Unterbrechung, damit Sie Ihre auch doch, wir sind, unsere Abgeordneten sitzen in der Bahnhofstraße, wir müssen die rüberholen. Ich bitte darum, dass man wenigstens aus Höflichkeit diese 30 Minuten uns einräumt. Danke. Also, Herr Kollege Dr. Grobe, wir haben eine Vereinbarung getroffen, ich bitte um mehr Ruhe im Plenarsaal, dass wir die Abstimmungen bewusst aus diesem Grunde, dass wir in einer Corona-Situation sind, dass es ausgelagerte Fraktionen gibt, am Ende der Tagesordnung machen. Ich muss doch von einem Abgeordneten erwarten können, dass er zur Abstimmung, wenn das vereinbart ist, auch am Ende des Tages erscheint. Und Abgeordnete haben Rechte und Pflichten. Und zu den Pflichten gehört die Teilnahme am parlamentarischen Verfahren. Und das Abstimmen gehört zum parlamentarischen Verfahren. Und ich darf deswegen bitten, dass Abgeordnete zu den Abstimmungsblöcken im Plenarsaal erscheinen. Es gibt auch Kolleginnen und Kollegen der FDP-Fraktion, die eben nicht hier im Landtag ihre Büroräume haben. Und die Kolleginnen und Kollegen der FDP sind anwesend. Also eine Frage auch der Disziplin. Kollege Frömmrich. Vielen Dank, Herr Präsident. Sie haben mir aus der Seele gesprochen. Danke für die Hinweise, die Sie gegeben haben. Ich will aber noch einmal sagen, dass wir uns natürlich auf dieses Prozedere vereinbart haben, mehrfach vereinbart haben, dass wir am Ende der Tagesordnung die Abstimmungen vornehmen. Und ich finde es schon einigermaßen bemerkenswert, dass eine Fraktion, die hier einen solchen Setzpunkt aufruft, wo hier über Europa und über Wirtschaft und über Soziales und über Solidarität geredet wird, nicht in der Lage ist, ihre eigenen Abgeordneten bei ihrem eigenen Setzpunkt im Saale zu haben. Das zeugt davon, dass das Interesse an der Mitarbeit in diesem Parlament für die AfD nicht besonders groß ist, aber ein großes Interesse an Klamauk besteht in diesem Parlament. Vielen Dank, Herr Kollege Börmrich. Ich erteile jetzt noch Herrn Kollegen Felstehausen das Wort. Dann haben wir auch so lange diskutiert, dass man auch aus der Bahnhofstraße anwesend sein kann. Herr Kollege Felstehausen, bitte. Das wäre mein Beitrag gewesen, Herr Präsident. Ich bitte jetzt darum. Herr Frömmrich hat es gesagt, Sie haben zur Abstimmung gebeten, dass wir in diesen Prozess einsteigen und uns nicht weiter dem Klamauk der AfD hingeben. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Felstehausen. Weitere Wortmeldungen sehe ich nicht. Dann würden wir jetzt auch in das vereinbarte Verfahren einsteigen. Ich rufe auf den Tagesordnungspunkt 69, der Antrag der Fraktion der AfD, effektiver Präsenzunterricht an den hessischen Schulen während des Pandemiezustandes, Drucksache 204000. Wer stimmt dem Antrag zu? Fraktion der AfD. Wer stimmt dagegen? Die Fraktion DIE LINKE, SPD, BÜNDNIS 90 die GRÜNEN, die CDU und die Freien Demokraten. Gibt es jemanden, der sich enthält? Wie stimmen die fraktionslosen Abgeordneten? Dafür stimmen Sie Herr Kahn anwesend? Das ist nicht der Fall. Dann ist der Antrag mit den Stimmen entsprechend abgelehnt. Tagesordnungspunkt 94, der Dringliche Antrag der Fraktion der Freien Demokraten, Drucksache 204062, Bildungsbetreuungsgarantie. Aussprechen wird, stimmt dem Dringlichen Antrag zu. Das ist die Fraktion der Freien Demokraten, die Fraktion der Sozialdemokraten. Wer stimmt dagegen? Das ist die Fraktion der CDU, von BÜNDNIS 90 die GRÜNEN, die fraktionslose Abgeordnete Walter. Wer enthält sich der Stimme? Die Fraktion der AfD. Damit ist der Dringliche Antrag abgelehnt. Wir kommen zu Tagesordnungspunkt 95, der Dringliche Antrag Fraktion DIE LINKE und Fraktion der SPD, Drucksache 204064, Schulen auf den Corona-Winter vorbereiten. Wer stimmt dem Dringlichen Antrag zu? Das ist die Fraktion der SPD, die LINKE. Wer stimmt dagegen? Das ist die Fraktion der CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN und die fraktionslose Abgeordnete Walter. Aber wer enthält sich der Stimme? Das sind die Fraktionen der Freien Demokraten und der AfD. Damit ist der Dringliche Antrag entsprechend abgelehnt. Tagesordnungspunkt 63, Entschließungsantrag Fraktion der Freien Demokraten, Drucksache 203948, Gebrauch von rechtlichen Möglichkeiten, erfordert Zurückhaltung der Landesregierung. Wer stimmt dem Entschließungsantrag zu? Das ist die Fraktion der Freien Demokraten, die AfD, die fraktionslose Abgeordnete Walter und die Sozialdemokraten. Wer stimmt dagegen? Entschuldigung, jetzt hätte ich fast etwas. Bitte um Verzeihung. Das hat nichts mit meiner Linksschwäche zu tun. Und die Fraktion DIE LINKE. Wer enthält sich der... Machen wir es nochmal. Komm, machen wir es nochmal. Also, wer stimmt dem Entschließungsantrag zu? Fraktion DIE LINKE, SPD, Freie Demokraten, AfD und die fraktionslose Abgeordnete. Wer stimmt dagegen? Fraktion der CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN. Enthält sich jemand der Stimme? Das ist nicht der Fall. Damit ist der Entschließungsantrag abgelehnt. Tagesordnungspunkt 66, Entschließungsantrag Fraktion der SPD, das ist Logistikgebiet Neueichenberg, Drucksache 20-3996. Namentliche Abstimmung ist beantragt. Ich darf die Schriftführer bitten, Sie sind vorbereitet. Wer von Ihnen beiden fängt an? Fangen Sie an, Frau Füßmann, mit dem Aufruf. Ich schalte Sie frei. Ulrike Alex, Tarek Al-Wazir, Katrin Anders, Lena Arnold, Sabine Bächle-Scholz, Dirk Bamberger, Jürgen Banzer, Dr. Ralf Norbert Bartelt, Elke Barth. Alexander Bauer, Frank Thilo Becher, Holger Bellino, Peter Beuth ist abwesend, Markus Bocklet, Michael Boddenberg, Christiane Böhm, Karl Hermann Bolldorf, Volker Bouffier ist entschuldigt, Silvia Brünel. Dr. Matthias Büger, Thailan Burcu, Ines Klaus, Miriam Dahlke, Wolfgang Decker, Christoph Degen, Frank Diefenbach. Angela Dorn, Tobias Eckert, Nina Eisenhardt, Arno Enners, Nancy Faeser, Dr. Horst Falk, Martina Feldmayer, Thorsten Felstehausen, Karina Fissmann, Hildegard Förster-Heldmann, Jürgen Frömmrich, Sandra Funken, Klaus Gagel, Dirk Gahr, Kerstin Geis, Nadine Gersberg, Lisa Gnadl. Eva Goldbach, Dr. Frank Grobe, Vanessa Gronemann, Stefan Grüger, Gernot Krumbach, Dr. Jörg-Über Hahn, Karin Hartmann, Erich Heitkamp, Christian Heinz, Birgit Heitland, Thomas Hering, Klaus Herrmann, Priska Hinz, Heike Hofmann, Markus Hofmann, Andreas Hofmeister, Hartmut Honka ist entschuldigt, Knut Jon, Bijan Kaffenberger, Rolf Kahnt, Norbert Kartmann, Heiko Kasseckert, Frank-Peter Kaufmann, Kai Klose, Wiebke Knell, Elisabeth Kula, Gerald Kummer, Robert Lambrou, Jürgen Lenders, Thorsten Leveringhaus, Andreas Lichert, Angelika Löber, Frank Lortz, Prof. Dr. Alexander Lortz, Heinz Lotz, Felix Martin, Daniel May, Markus Meissner, Hans-Jürgen Müller, Michael Müller, Karin Müller, Regine Müller, Stefan Müller, Petra Müller-Klepper, Dr. Stefan Naas, Claudia Papst-Dippel, Manfred Penz, Moritz Promny, Janki Pürsen, Lucia Puttrich, Dr. Dr. Rainer Rahn, fehlt, Claudia Ravensburg, Michael Reul, Boris Rhein, Volker Richter, fehlt, René Rock, Günter Rudolph, Michael Ruhl, Max Schad, Jan Schalauske, Marion Schad-Sauer, Lukas Schauder, Hermann Schaus, Gerhard Schenk, fehlt, Heidemarie Scheuch-Paschkewitz, Katrin Schleenbecker, Mirjam Schmidt, Heiko Scholz, Dimitri Schulz, Armin Schwarz, Uwe Serke, Dr. Daniela Sommer, Saeed Sömnes, Frank Steinraths, Oliver Stierböck, Manuela Strube, Ismail Tipi, Oliver Ulloth, Tobias Utter, Joachim Fallmann, Bernd Erich Vohl, Matthias Wagner, Astrid Wallmann, Alexandra Walter, Kathi Walter, Torsten Warnecke, Sabine Waschke, Marius Weiß, Dr. Ulrich Wilken, Axel Wintermeier, Walter Wissenbach, Janine Wissler, Turgut Yüksel. Vielen Dank. Ich darf jetzt fragen, ob es Abgeordnete gibt, die nicht die Möglichkeit hatten, bislang ihre Stimme abzugeben. Hat jemand noch seine Stimme nicht abgegeben? Das ist nicht der Fall. Damit haben alle die Möglichkeit gehabt, ihre Stimme abzugeben. Ich beende das Abstimmungsverfahren und darf die Schriftführer bitten, mit dem Auszählen zu beginnen. Vielen Dank. 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 Vizepräsidentin Heike Habermann. Vielen Dank. Vizepräsidentin Heike Habermann. Vielen Dank. Vizepräsidentin Heike Habermann. Vizepräsidentin Heike Habermann. Vielen Dank. Vizepräsidentin Heike Habermann. Vizepräsidentin Heike Habermann kein Wort. Vizepräsidentin Heike Habermann. Vizepräsidentin Heike Habermann. der Fraktion der SPD, Carina Fissmann, Thorsten Warnecke und andere hausärztlich unterversorgte Kommunen besser unterstützen, Drucksache 20 399. Hier hat mir der Kollege Lenders mitgeteilt, dass er darum bittet, dass die Ziffern 6 und 7 des Antrags getrennt abgestimmt werden. Das heißt, ich lasse jetzt zunächst über die Ziffern 6 und 7 abstimmen und dann über die restlichen Ziffern insgesamt. Dafür fragen wir, wer für die Annahme der Ziffern 6 des Antrags ist, den bitte ich um das Handzeichen, ist die Fraktion der AfD, ist die Fraktion der SPD, wer ist dagegen, ist die Fraktion der CDU von Bündnis 90 Die Grünen, wer enthält sich der Stimmen, ist die fraktionslose Abgeordnete und die Fraktion Die Linke und die FDP und damit ist die Ziffer entsprechend abgelehnt. Ich komme zu Ziffer 7. Wer für die Annahme der Ziffern ist, den bitte ich um das Handzeichen, Fraktion der AfD, Fraktion der SPD, wer ist für die Ablehnung, ist die Fraktion der CDU von Bündnis 90 Die Grünen und die FDP, wie eben, wunderbar, wer enthält sich der Stimme, die Fraktion Die Linke und die fraktionslose Abgeordnete, damit ist die Ziffer abgelehnt. Ich darf jetzt über die restlichen Ziffern insgesamt abstimmen lassen, wer für die Annahme der Ziffern ist, den bitte ich um das Handzeichen, ist die Fraktion der AfD, Fraktion der FDP und die Fraktion der SPD. Wer ist dagegen, den bitte ich um das Handzeichen, ist die Fraktion der CDU und von Bündnis 90 Die Grünen, wer enthält sich der Stimme, ist die Fraktion Die Linke und die fraktionslose Abgeordnete, damit ist der Antrag insgesamt abgelehnt. Jetzt habe ich hier noch eine Frage, bevor ich zu 58 komme, der Tagesordnungspunkt 71, das war der Antrag der Fraktion der AfD, politische Drittbrettfahrerei, Drucksache 20 4004, soll der in den Ausschuss oder sollte der direkt abgestimmt werden? Das war Ihr Setzpunkt, wenn ich es richtig sehe. Soll in den Ausschuss, alles klar, dann geht der in den Ausschuss. Die Fraktion der SPD hat mir mitgeteilt, dass Tagesordnungspunkt 58, das ist Ausweitung des Pflegebonus, Drucksache 20 3792, zur abschließenden Beratung an den SIA überwiesen werden soll. Ist das richtig? Alles klar, dann machen wir das so. Nach meiner Liste sind wir jetzt am Ende der Abstimmungen oder hat jemand noch etwas, was er abgestimmt haben möchte? Das ist nicht der Fall. Das ist die letzte Chance im Übrigen für diesen Monat, noch einmal etwas im Plenum abzustimmen. Sind wir am Ende der Tagesordnung für den heutigen Tag angekommen? Was machen wir mit den übrigen Tagesordnungspunkten? In das nächste Plenum schieben, so machen wir es. Darf darauf hinweisen, dass der Rechtsausschuss anschließend in Raum 501a tagt. Wir sind am Ende der Plenarsitzung. Ich wünsche einen fröhlichen Abend. Kommen Sie bald wieder und bleiben Sie gesund.